Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz mit Wirtschafts- und Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck und IHS-Direktor und Professor der Universität Wien, Martin Kaucher. Frau Bundesministerin, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, die Corona-Krise hat uns in die digitale Zukunft gebeamt. Vor der Krise wurde oft jahrelang darüber diskutiert, was alles digital nicht geht. Und plötzlich, von einem Tag auf den anderen, hat sich unser Leben komplett verändert. Heute sind Homeschooling und auch die Telemedizin Teil unseres Alltags und helfen uns, das Bildungssystem und auch das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten. Vor ein paar Wochen wäre das noch undenkbar gewesen. Nun, nachdem wir auf diesen Hochgeschwindigkeitszug der Digitalisierung aufgesprungen sind, dürfen wir ihn nicht mehr verlassen. Und Österreich darf nicht Trittbrettfahrer sein, sondern muss in der Digitalisierung ganz weit vorne mit dabei sein. Nur wenn wir vorne mit dabei sind, gehören wir auch zu den führenden Nationen in Europa. Digitaler Hochgeschwindigkeitszug also statt analoge Bummelbahn. Damit werden wir sicherstellen, dass wir andere Länder entsprechend auch überholen. Wir werden die digitale Transformation nutzen, um das Leben der Österreicherinnen und Österreicher leichter zu machen. Das haben wir gerade in dieser Phase gesehen, wie uns das hier entsprechend weiterhelfen kann. Die Digitalisierung ist also ein wichtiger Hebel, die österreichische Gesellschaft und auch Wirtschaft krisenfester zu machen. Es geht dabei, die Basis zu legen für neue Innovationen, für Wachstumsmöglichkeiten und für Zukunftsperspektiven. Heute setzen wir einen Startschuss für ein umfassendes Programm, als Digitalisierungsoffensive für unsere Klein- und Mittelbetriebe. Als Erstmaßnahme werden wir die Unternehmen dabei unterstützen, digitale Kompetenzen aufzubauen und Schritt für Schritt in Richtung Digitalisierung zu gehen. Denn digitale Großkonzerne haben kein Monopol auf digitale Geschäftsmodelle. Leider hinken wir in Österreich in bestimmten Bereichen hinterher, wie zum Beispiel im Bereich E-Commerce, im Social Media Marketing oder auch in der Nutzung von Cloud-Diensten. Diesen Aufholbedarf hat uns auch die Corona-Krise ganz eindeutig verstärkt. Mein Ziel ist es, besonders den österreichischen Klein- und Mittelbetrieben zu helfen, dass sie nicht vor den digitalen Großkonzernen in die Knie gehen. Daher haben wir das Institut für höhere Studien und Professor Martin Kocher mit einer Studie beauftragt. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Unterstützung dabei, diese digitale Transformation voranzubringen und hier einen Grundstein zu legen in einer Analyse, die Ihnen der Herr Professor Kocher dann auch entsprechend präsentieren wird. Eines kann ich vorwegnehmen. Viele Betriebe verfügen über wenig Wissen oder Sie haben zu wenig Zeit, Ihr Unternehmen fit für die Digitalisierung und die digitale Zukunft zu machen. Genau dort werden wir jetzt ansetzen und wir brauchen rasche digitale Weiterqualifizierung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen. Wir brauchen Digitalisierungsinitiativen für Klein- und Mittelbetriebe und die Entwicklung neuer Technologien und neuer Produkte. Wir starten daher drei Ausschreibungen, die die FFG umsetzen wird und investieren als Digitalministerium 8 Millionen Euro in einem ersten Schritt. Für Digital Bootcamps, für Qualifizierungsnetze und für Laura Basse Programme 4.0. Nun zu einigen Details dieser Programme. Die erste Maßnahme sind die sogenannten Digital Bootcamps. Mit diesen Trainings werden Fachkräfte in den Unternehmen kurz und intensiv in Lernphasen geschickt, um sie zu Digital Professionals zu machen. So werden die Unternehmen den Unternehmen auch ermöglicht, neue Lösungen in den eigenen Unternehmen einzusetzen. Wir schreiben das Programm nun zum zweiten Mal aus und in der ersten Phase gab es bereits sehr positive Rückmeldungen. Zum Beispiel aus Tirol. Hier erhielten 16 Mitarbeiter aus zwölf Unternehmen eine Ausbildung im Bereich von Data Science. Das traditionsreiche Unternehmen aus Tirol, die Ecker Gruppe, das aus meiner Heimatgemeinde St. Johann in Tirol kommt, hat hier auch teilgenommen und an diesem Unternehmen sieht man ganz klar die Bedeutung der Digitalisierung. Es hat sich entwickelt von einem Spannplattenwerk in den 60er Jahren zu einem modernen digitalen Betrieb, der diese Digitalisierung in der Produktion entsprechend nutzt. Die erarbeiteten Modelle wurden dort auch bereits in Prototypen umgesetzt. Gerade jetzt braucht es diese ausgebildeten und qualifizierten Fachkräfte, die helfen diese digitalen Geschäftsmodelle aufzubauen und deshalb wird dieses Programm vor allem in der Fortbildung im Bereich E-Commerce, Cybersicherheit und auch Smart Factory zum Einsatz kommen. Die zweite Maßnahme, hier geht es ebenso um Know-how-Aufbau und um die Vernetzung und zwar um maßgeschneiderte Qualifizierungsseminare und auch die verstärkte Kooperation zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Die sogenannten Qualifizierungsnetze werden hier aufgebaut und hier gibt es eine starke Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen einerseits und den Universitäten und Fachhochschulen auf der anderen Seite. Das ist ein Schlüssel, den wir entsprechend weiterentwickeln müssen. Gemeinsam können wir hier besonders in den Bereichen Big Data und dem Internet der Dinge punkten und hier in diesen Qualifizierungsnetzen können die Unternehmen mit den Forschungseinrichtungen die Vorteile ausspielen. Vorbild dafür ist ein Qualifizierungsnetz aus dem Westen, wo die Universität Innsbruck, die Fachhochschule Salzburg und Vorarlberg und 18 Unternehmerinnen und Unternehmer aus Tirol und Vorarlberg und Salzburg und ihre Mitarbeiterin entsprechend teilgenommen haben. Dabei ist auch die Firma Getzner Textil aus Vorarlberg. Sie erinnern sich vielleicht, es ist jenes Unternehmen, das auch bei der Maskenproduktion im Vorarlberger Konsortium mit dabei ist und es auch hier zeigt, dass Innovation ganz ein wesentlicher Schritt ist. Die Unternehmen brauchen dieses Rüstzeug für die Themen Industrie 4.0 und das Internet der Dinge, denn Produktion in Europa wird nur dann möglich sein, wenn wir die Möglichkeiten der Digitalisierung massiv nutzen und das nicht nur für große Unternehmen, sondern auch für die Produktion im kleineren Umfeld bei den KMUs. Das dritte Programm, das wir unterstützen, verbindet das Thema Digitalisierung mit Chancengleichheit und das ist mir ein sehr wichtiges Thema und daher möchte ich auch, dass wieder mehr Frauen in der digitalen Forschung tätig sind und wir bringen daher das Laura Bassi Programm wieder zum Leben und führen wieder dieses Laura Bassi Programm 4.0 fort. Was wird dort gefördert? Themen im Bereich der Digitalisierung und Chancengleichheit. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Digital Energy for All ist ein solches Projekt, das von Wissenschaftlerinnen geführt wird und wo eine digitale Handelsplattform entwickelt wird, wo regionale und lokale Energiemärkte mit ihren Kunden zusammenkommen und eben Kleinproduzenten und Energieverbraucher hier in der Gemeinschaft zusammenfinden. Mir ist es besonders wichtig, diese Chancengleichheit durch die Digitalisierung zu ermöglichen und in der Wissenschaft und dass auch Frauen stärker vor den Vorhang geholt werden. Deshalb habe ich auch am Montag ein entsprechendes Treffen mit Wirtschaftsforscherinnen, mit der Betonung auf Wirtschaftsforscherinnen in diesem Falle gemacht, um auch Sie zu hören und Sie mitarbeiten zu lassen beim Comeback, beim wirtschaftlichen Comeback Österreichs. Sie leisten hervorragende Arbeit und sollen durch solche Projekte auch entsprechend unterstützt werden. Die drei Projekte, die ich Ihnen vorgestellt habe, sind aber nur der Startschuss. In den nächsten Wochen werden wir mehrere Maßnahmen und weitere Maßnahmen setzen, denn more of the same ist nicht genug. Es braucht hier neue Ansätze. Wir müssen uns auf diese Reise gemeinsam machen und müssen schneller sein als die anderen. Denn durch die Digitalisierung schaffen wir es auch, Produktionen nach Europa zurückzuholen. Wir schaffen es auch, hier durch die Innovation weit vorne zu sein. Daher Hochgeschwindigkeitszug der Digitalisierung statt analoge Bummelbahn. Damit legen wir den Grundstand für ein neues digitales rot-weiß-rotes Comeback in Österreich. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Kocher, bitte. Vielen Dank, Frau Bundesminister. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Wir sind in einer wirtschaftspolitisch schwierigen Phase im Moment. Es geht ein Lockdown zu Ende, der Österreich sehr stark auch wirtschaftlich getroffen hat. Der Kampf gegen diese Pandemie wurde oft verglichen mit einem Marathon. Ich glaube, ein Boxkampf wäre fast eine bessere Beschreibung. Wir haben die erste Runde jetzt gewonnen, aber es wird eine zweite, dritte Runde geben. Und in dieser zweiten, dritten Runde geht es um möglicherweise andere Maßnahmen. Und eine Maßnahme wird es sein, eben Österreich möglichst rasch dieses Jahr und nächstes Jahr auf einen Wachstumspfad zu bringen, der es erlaubt, die Schulden, die wir jetzt machen, der es erlaubt, die anderen Schäden in der Wirtschaft wieder gut zu machen und möglichst rasch wieder auf das Vorkrisenniveau zu kommen. Solche Krisen, die wir jetzt erleben, sind oft ein Verstärker von bestehenden Strukturwandel. Also wir werden sehen, dass nach der Krise zum Beispiel eben vorher angelegte Strukturwandel wie eine leichte Deglobalisierung verstärkt wird, eine Regionalisierung verstärkt wird. Wir werden sehen, dass Klimaschutz wichtiger wird und, und das ist das Thema von heute, wir sehen jetzt schon, und das wird sicher weitergehen, dass Digitalisierung als Megatrend noch viel wichtiger wird in der Wirtschaft, aber auch über die Wirtschaft hinaus. Es heißt also für uns jetzt, möglichst gute Maßnahmen zu treffen, um in diesen Megatrends, in diesen Strukturwandel-Entwicklungen dann die Nase vorne zu haben und wirtschaftlich wieder gut dazustehen. Dazu gibt es diese Studie, die die Frau Bundesminister angesprochen hat, die das Institut für höhere Studien durchgeführt hat, verfasst von Dr. Katharina Gangl und Axel Sonntag und ich darf Ihnen jetzt einige Ergebnisse dieser Studie vorstellen. Ziel der Studie war es, Maßnahmen zur Erhöhung der digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen für österreichische Klein- und Mittelunternehmen abzuleiten. Dabei ging es insbesondere um Maßnahmen zur Förderung digitaler Fertigkeiten. Die Studie beginnt mit einem Vergleich, der zeigt, dass Österreich, wenn man die herkömmlichen Indizes, die es so gibt, heranzieht, mittelprächtig dasteht, was die Digitalisierung und die digitalen Fähigkeiten betrifft. Insbesondere sind wir unterm Durchschnitt der Europäischen Union, was zum Beispiel die individuelle Internetnutzung betrifft, die Digitalisierung von KMUs, aber auch der Bereich E-Commerce und Marketing über Social Media ist unterdurchschnittlich ausgeprägt. Wir schauen uns in der Studie auch an, wie machen das andere Länder im Vergleich. Schweden, Finnland, die Niederlande, Belgien, das Vereinigte Königreich, Südkorea, das sind so die Vergleichsländer und da zeigt sich, dass diese Länder einige gute strategische Maßnahmen gesetzt haben. Erstens ein gemeinsames Strategiekonzept, zweitens der Einsatz von finanziellen Mitteln für die Forschung, für die Digitalisierung. Wichtig auch die Vernetzung zwischen den verschiedenen Betroffenen, das ist also die Wirtschaft, das sind die Wissenschaft, das sind die Branchenverbände, das sind andere Forschungseinrichtungen und ein breites und zum Großteil auch kostenloses Weiterbildungs- und Informationsangebot für Unternehmen und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo man sich eben weiterbilden kann, wo man sich besser informieren kann. Wir schauen uns dann die österreichischen Förderinstrumente an und haben einen großen empirischen Teil mit einer qualitativen und quantitativen Befragung, die von Kamas in Research and Identity durchgeführt wurde. Aus der Befragung geht heraus, was wir eigentlich zum Teil schon erwartet haben. Es gibt eine Reihe von Klein- und Mittelunternehmen, die die Digitalisierung für Ihr Unternehmen nicht als wichtig genug ansehen. Es besteht die Befürchtung zum Beispiel, dass durch die Digitalisierung das Spezielle des Unternehmens oder der Branche verloren geht. Es wird nicht oft genannt, es gibt nicht genug Zeit im Tagesgeschäft, es fehlen das Wissen, die Kosten sind unabsehbar einer Digitalisierung oder es fehlt die Akzeptanz bei Kunden und Kundinnen. All das spielt sicher eine Rolle. Deswegen ist es wichtig, und dazu komme ich gleich dann, wenn ich über die Empfehlungen spreche, dass wir sowohl Bewusstsein schaffen müssen, wie wichtig die Digitalisierung ist, als auch die Bereitschaft bei den Klein- und Mittelbetrieben sich dem zu stellen erhöhen müssen. Es zeigt sich nämlich, und das ist keine Überraschung aus vielen internationalen Studien, dass sich eben durch die Digitalisierung die Produktivität von Unternehmen stärkt, verbessert. Das heißt, sie werden widerstandsfähiger, sie werden wettbewerbsfähiger und sie werden wachstumsstärker. Und das hat sich jetzt, glaube ich, in der Corona-Krise, ohne dass wir da jetzt im Detail darüber sprechen müssen, noch einmal stark gezeigt. Was die Förderangebote betrifft, muss man sagen, dass zum Beispiel durch die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft, die FFG, aber auch andere Institutionen, es einen breiten Strauß an Fördermöglichkeiten gibt schon. Die Frau Bundesminister hat das auch schon angesprochen und da wird noch einmal ausgeweitet. Insofern, glaube ich, ist die Infrastruktur, was die Förderung betrifft, schon sehr gut in Österreich. Da muss man ansetzen jetzt, dass diese Förderung auch genutzt wird. Ich komme zu den Strategieempfehlungen, die Maßnahmen, die sich aus dieser Studie ergeben. Erstens, eine klare Strategieentwicklung und Fokussierung. Wir haben gesehen aus den Best-Practice-Beispielen international, dass es wichtig ist, dass es eine Strategie aus einem Guss gibt und dass möglichst viele Beteiligte an dieser Strategie mitarbeiten. Zweiter Punkt, Online-Informationen. Da gibt es auch schon sehr viel, aber auch die Möglichkeit, sich zum Beispiel weiterzubilden, die kostengünstige, die niederschwellige Möglichkeit, sich weiterzubilden für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Informationen für die Unternehmen, möglichst an einer Stelle, wenn das möglich ist, um eben einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin zu haben für Fragen und für Informationsbedarf. Nächster Punkt, die Weiterentwicklung von KMU Digital. Das ist ein Programm des Wirtschaftsministeriums. Wo es darum geht, zwei Dinge zu machen. Eben das Bewusstsein zu fördern. Das ist jetzt schon der Fall. Wenn man das vergleicht mit dem bekannten Beispiel der Pferde und der Tränke, könnte man sagen, das ist die Förderung der Information darüber, wo sind die Wasserstellen, die ich aufsuchen kann als Unternehmen. Aber nicht auch die Bereitschaft fördern, die Umsetzung. Also es geht darum, bei der Umsetzung noch stärker zu helfen. Ich muss also Leute hinführen auch manchmal oder an der Hand nehmen. Gerade bei den KMUs ist das wichtig. Anschubsfinanzierungen für die Umsetzung von Digitalisierungsmaßnahmen. Die Weiterentwicklung der FFG-Programme hat die Frau Bundesminister schon angesprochen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir wissen, dass Forschung, Entwicklung und Innovation eben das Wachstum fördert. Und das ist der erste Schritt dazu. Eine Erhöhung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten in den KMUs selbst. Da, glaube ich, gibt es auch Nachholbedarf in den Unternehmen. Und wenn wir die Infrastruktur dafür bereitstellen, haben wir das. Stichwort Infrastruktur. Nächste Empfehlung, schnelleres Internet, vor allem in den ländlichen Gebieten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig für Österreich. Ich glaube, das ist auch angekommen in der Strategie. Und als letzter Punkt eine Etablierung eines nationalen Digitalisierungsrates, wo man dann diese Strategieentwicklung koordiniert und die Stakeholder einbindet, um ein möglichst konsistentes Strategiekonzept zu entwickeln. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf nur um Ihre Fragen bitten. Dann starten wir beim ÖF. Vielleicht ganz kurz haben Sie auch erhoben, zum Thema schnelleres Internet, inwiefern das auch ein Bedürfnis ist der Unternehmen oder inwiefern das die Digitalisierung behindert bei den Unternehmen, dass vielleicht die Anbindung einfach zu langsam ist? Da haben wir gefragt, das in den Interviews. Das ist in Einzelfällen ein wichtiges Problem, das ist aber sehr lokales Problem. Es hat sich nicht als durchgängiges Problem für Unternehmen herausgestellt. Ich glaube, das ist vor allem ein Problem noch im ländlichen Raum für die Kundinnen und Kunden, für die Konsumentinnen und Konsumenten. Das sehen wir jetzt auch wieder sehr stark. Für die Unternehmen ist das in Einzelfällen ein Problem, aber kein durchgängiges Problem. Trotzdem ist der Ausbau der Infrastruktur nicht ein ganz wichtiger Punkt, weil auch wenn es nur einen Teil der Unternehmen betrifft, ist es ein Hindernis, das man aus öffentlicher Seite beseitigen kann. Weitere Fragen? Gebe zu Aper. Als Ersten wollte ich anmerken, es gab es gerade eine Umfrage vom Genossenschaftsverband zur Regionalisierung und da war in der Zufriedenheitsskala Internet ist sehr, sehr gut der oberste Wert. Also die Menschen am Land scheinen im Schnitt relativ zufrieden zu sein, aber das trifft natürlich nicht einzelne Unternehmen. Meine Frage ist, wie hoch ist denn die Förderung insgesamt in dem Bereich? Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend? Beziehungsweise ist es konzentriert genug auf eine Stelle, dass die Unternehmen auch wissen, wo sie sich denn hinwenden sollen? Oder ist das so wie in Österreich üblich, in der Gemeinde und im Land und im Bund und in der FFG und ich weiß nicht wo und in 27 Stellen, man findet es eigentlich gar nicht? Ja, vielleicht gesamtheitlich entwickeln wir gerade einen Masterplan für Digitalisierung für Österreich. Das ist ganz, ganz wichtig, das Bild gesamtheitlich zu sehen und es betrifft natürlich ganz viele verschiedenste Bereiche. Es betrifft den Bereich der Bildung, es betrifft den Bereich der Gesundheit, es betrifft den Bereich der Unternehmen, hier die Leitbetriebe genauso wie die Klein- und Mittelbetriebe. Und darum braucht es hier eine Art Koffer für verschiedenste Maßnahmen und es wird hier keine einzelne Stelle geben, zu der man sich wenden kann, sondern es braucht schon unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Beispielsweise der Ausbau der Infrastrukturen, ganz klar hier als ein wichtiger Punkt, der nicht an derselben Stelle sein kann, wie entsprechend die Förderungen oder die Unterstützung für die Bildungsmaßnahmen. Und darum müssen wir hier diesen Überblick schaffen, dieses Gesamtkonzept, dieses Gesamtprogramm und binden auch alle anderen Ministerien entsprechend ein. Zum jetzigen Thema, das wir vorgestellt haben, da ist die klare Ansprechstelle, die Forschungsförderungsgesellschaft und die entsprechenden Programme laufen auch schon. Das heißt, die digitalen Bootcamps, da ist die Ausschreibung seit gestern offen, ebenso für die neuen Laura Bassi-Programme 4.0, auch seit gestern ist hier die Ausschreibung offen. Und für die Qualifizierungsnetze, auch bei der FFG, startet diese nächste Woche am 12.05. Das heißt, sehr, sehr zeitnah. Gibt es weitere Fragen? Bitte. Ein bisschen off-topic, aber es gab gestern dieses Experten-Hearing oder diese Runde zur Frage, wie die Corona-Krise bewältigt werden kann auf der wirtschaftlichen Ebene. Haben Sie da erste Ergebnisse oder wie geht es da weiter? Wird es da weitere Treffen geben? Ja, der Herr Professor war auch mit dabei. Es ist ganz ein wichtiger Schritt, den wir jetzt setzen, ganz viele Expertinnen und Experten zu hören, um mit Ihnen zu diskutieren, welche Schritte braucht Österreich als nächstes. Und die sind sicher umfangreich. Also das wird ein gesamtes Maßnahmenpaket werden. Ich sehe drei große Themenbereiche oder zwei ganz große Themenbereiche. Das eine ist der Bereich der Nachfrage, das heißt, den Konsum wieder zu fördern. Das war ein großes Thema, über das wir entsprechend auch gesprochen haben. Hier Maßnahmen zu setzen, wie zum Beispiel Steuerreduktionen, um hier mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Und auf der anderen Seite Investitionen zu ermöglichen, zum richtigen Zeitpunkt österreichischen Betrieben auch zu helfen, hier wieder investieren zu können. Das waren viele Inputs, sind in diese beiden Richtungen gegangen. Was sind nun die nächsten Schritte? Die nächsten Schritte sind weitere Gespräche mit den Ländern, mit den Gemeinden und auch mit Unternehmen. Ich persönlich habe 30 Runden in Summe gemacht in dieser Corona-Krise, alle über Videokonferenz mit 260 Unternehmen in Österreich. Und hier ging es zuerst um die erste Phase, Liquidität und Arbeitsplatzsicherung. Und jetzt geht es schon um die nächsten Schritte, nämlich was ist zu tun, um die Konjunktur wieder anzukurbeln, um wieder mehr Nachfrage zu generieren und auch mehr Möglichkeiten für die Unternehmen. Wenn es keine weiteren Fragen... Noch eine Frage von der Appert? Herr Koch, vielleicht mögen Sie auch Ihren Eindruck von dem gestrigen Treffen schiedeln. Und zweite Frage dazu, kriegen wir diese Studie, die Sie gemacht haben, dass wir uns die anschauen dürfen? Ich fange mit der zweiten Frage an, vielen Dank. Die Studie wird noch barrierefrei gemacht, wird also in drei Wochen fertig sein, wird dann auf der IHS-Website verfügbar sein. Es gibt einen Policy Brief, der die Empfehlungen zusammenfasst, den wir heute online stellen werden auf der IHS-Website. Da kann man also alles Wichtige, die Zusammenfassung nachlesen. Die Gesamtstudie, die über 150 Seiten ist, wird dann in drei Wochen verfügbar sein, wenn alles fertig ist. Ich kann den Eindruck von der Frau Bundesminister nur bestätigen von gestern. Es war ein sehr interessanter Gedankenaustausch, wie immer. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Wir haben in der jetzigen Krise, und das ist, glaube ich, wichtig dazu zu sagen, auch aus unserer Sicht, keine Blaupause, die wir aus der Schublade ziehen können. Normalerweise ziehen wir irgendwann Papier aus der Schublade, als Wirtschaftsforscherinnen und Forscher, das schon passen wird aus der Vergangenheit. Und dann sind die Maßnahmen drauf, die wir immer wieder fordern. Im Moment ist das anders. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns austauschen, nicht nur zwischen Politik und Forschung, sondern auch zwischen den Forscherinnen und Forschern, weil dadurch Ideen generiert werden. Wir müssen mit sehr unkonventionellen Maßnahmen arbeiten. Die Lage verändert sich immer wieder, und deswegen ist dieser Austausch so wichtig. Und am Schluss wird irgendein Konjunkturprogramm stehen müssen, das in dieser zweiten, dritten Runde des Boxkampfs gegen Corona uns hilft. Und Elemente davon werden im Steuerbereich sein, werden aber auch sein müssen bei der Förderung von Investitionen, von Innovation. Wie ich gesagt habe, ich glaube, vieles wird für uns einfacher werden, wenn wir es schaffen, auf einen höheren Wachstumspfad zu kommen, um eben dann nicht die ganz großen Verteilungskonflikte über eine Krisenfinanzierung zu haben. Im Moment, glaube ich, ist Wachstum der entscheidende Punkt. Und wie schaffen wir es, nächstes Jahr Wachstum zu generieren? Wie tief die Delle dieses Jahr ist, ist eine spannende Frage, die kann niemand im Moment noch beantworten, Sirius. Der wichtige Punkt, glaube ich, politisch ist, wie stark und wie schnell können wir am Ende dieses Jahres und vor allem dann nächstes Jahr aufholen, um eben diese Delle nicht in ein langes Tal werden zu lassen. Jetzt muss ich nochmal nachfragen. Sie sagen jetzt im Bereich Steuern, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, in die es gehen könnte. Hat sich da gestern abgezeichnet, wie da die Richtung ausschauen könnte, welche Schritte es da geben könnte? Ja, ich starte vielleicht, es ist jetzt noch zu früh zu sagen, wie, welche genauen Inhalte das Paket haben wird. Aber eines ist sehr klar, die Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen. Auch das wurde wieder bestätigt, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ich kann das nur bestätigen. Also wir haben immer wieder gesagt, dass die Entlastung im Steuerbereich, gerade bei der Besteuerung von Arbeit, ein sehr wichtiges Element sein muss. Das hat sich jetzt auch nicht geändert. Hat sich eher verstärkt. Gerade im Bereich der kleineren und mittleren Einkommen sind solche Steuersenkungen sehr stark konjunkturwirksam, weil sie eben sehr stark in den Konsum fließen. Das muss kommen und das ist auch etwas, was wir gestern diskutiert haben, zum richtigen Zeitpunkt. Klarerweise, es muss eine gewisse Sicherheit geben für die Menschen, dass eben die wirtschaftliche Aktivität wieder einigermaßen Normalität erreicht hat. Das wird nicht in allen Branchen sein, aber wir sehen ja jetzt schon, dass es in gewissen Bereichen es wieder eine gewisse Normalität gibt. Deswegen muss man im richtigen Zeitpunkt erwischen eines solchen Pakets, um eben im richtigen Zeitpunkt dann die Wirtschaft anzukurbeln. Wann der genau ist, das können wir gar nicht sagen noch. Ich sehe die Frage in Ihrem Gesicht. Aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht vorbereiten kann drauf. Ich glaube, aus unserer Sicht ist es wichtig, diese Vorbereitungsarbeiten jetzt zu leisten, eine Toolbox zu haben für konjunkturfördernde Maßnahmen und dann die richtigen Laden zu ziehen, wenn das der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und wie gesagt, ich kann den auch noch nicht nennen. Ich glaube, den kann niemand seriöserweise nennen. Da sind wir von der medizinischen Entwicklung abhängig und auch von der Entwicklung in anderen Ländern. Das wird auch für Österreich sehr wichtig sein, wie sich die Krankheit, die Pandemie in Europa ausbreitet und wieder zurückgeht. Sofern es keine weiteren Fragen gibt, danke ich für Ihr Kommen. Vielen Dank.